Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron, 78 Operationen und trotzdem Lebensfreude. Heute rede ich mit Niklas, den kennst du vielleicht schon, wenn du meinem Podcast hier folgst. Wir reden heute über seinen Weg zur Lebensqualität mit Morbus Kron. Es wird super spannend, weil Niklas ist nämlich angehender Mediziner und selbst Betroffener. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kron-Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine letzte Woche gekommen. Und bevor du jetzt in dieses Wochenende für dich reingehst, möchte ich dir gerne an diesem Freitag, oder wann immer du das Ganze hier hörst, möchte ich dir noch eine ganz wirklich tiefe und richtig gute Folge mit an die Hand geben. Diese Folge hier ist eine kleine Challenge, die wir hatten oder eine kleine Abmachung, die wir hatten. So einen kleinen Deal, nennen wir es einen kleinen Deal. Und zwar war der Niklas schon einige Male bei mir hier im Podcast. Ich verlinke dir in den Shownotes auch die letzten Folgen, die wir aufgenommen haben. Und wann hast du mal die Möglichkeit, mit einem Betroffenen zu sprechen oder dem zuzuhören, was er zu sagen hat. Gleichzeitig ist dieser Betroffene aber auch Arzt, der selber in einem OP steht und sich richtig gut auskennt damit. Da kommt eine Menge bei herum und deswegen gibt es heute ein richtig tiefes Gespräch, in das ich dich jetzt mit hineinnehmen werde. Das ist ein bisschen länger geworden, weil ich finde einfach, es ist eine unglaubliche Chance, so jemanden zuzuhören. Und dementsprechend haben wir uns da auch ausgiebig Zeit gelassen. Ich sage dir ganz kurz, wie das Gespräch aufgebaut ist, damit du auch bloß nicht zwischendurch meinst, ach nee, komm, da gehe ich mal wieder raus. Also pass auf, wir fangen an damit, dass wir darüber reden, wie die letzten Operationen bei ihm eigentlich gelaufen sind. Weil das Ganze ist, diese ganze Folge hier ist aufgenommen, weil er die letzte Operation überlebt hat. Das war so ein kleiner Deal, den wir hatten. Überlebe die Operation und dann kommst du wieder in meinen Podcast zurück. Also freut mich schon mal, dass das geklappt hat. Ja, und dann, wenn wir über all das gesprochen haben, was eigentlich passiert ist, reden wir über das Thema Lebensqualität. Wie kann man mit 78 Operationen und einem schweren Morbus-Kron-Verlauf eigentlich so eine Lebensqualität haben, wie Niklas das hat? Das kann man auch auf Instagram bei ihm ganz gut verfolgen und darüber reden wir. Und ey, du wirst so viele Dinge für dich mit rausnehmen können. Hör ihm bitte ordentlich zu. Du wirst, glaube ich, selten so eine Chance haben, so einem Menschen zuzuhören. Und dementsprechend nutze das gerne für dich. So, wir gehen direkt rein. Ich wünsche dir viele inspirierende und motivierende Momente. Tough times never last, but tough people too. Hallo Niklas, schön, dass du wieder da bist. Du bist einer der willkommensten Stammgäste hier auf diesem Podcast. Ich glaube, du bist wirklich der Einzige, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine der Einzige, der es hier dreimal schon hingeschafft hat. Und ich bin froh, dass du da sitzt. Bevor du dich gleich nochmal einmal ganz kurz vorstellst, sagen wir nochmal eben, wir haben schon zwei Podcast-Folgen zusammen aufgenommen. Die verlinke ich hier unten drunter. Hör sie dir bitte unbedingt mal an. Und wir hatten so eine kleine, du hattest letztes Mal so eine Operation und wir hatten so eine kleine Challenge, so eine kleine Vereinbarung. Du überlebst das Ding bitte einfach. Und dann sitzen wir wieder hier und reden miteinander über die ganze Story. Und ich bin froh, dass wir jetzt wieder hier sitzen und miteinander reden können. Aber bevor wir das jetzt tun, Niklas, einmal ganz kurz raushauen, wer bist du? Ja, moin, vielen Dank für die Einladung nochmal. Es macht mir immer Spaß, hier zu sein und mit dir sprechen zu dürfen. Genau, du hast es ja schon größtenteils angekündigt. Ich bin Niklas aus Hannover. Ich werde jetzt diesen Monat noch 27 Jahre alt. Vor einem Jahr hatten wir das letzte Mal aufgenommen. Ich bin Morbus-Krohn-Patient. Jetzt mittlerweile seit eigentlich mein halbes Leben. Also mit 13 habe ich die Diagnose damals bekommen. Ich hatte sehr, sehr viele Operationen und bin in der Medizin tätig. Das sind so die Schlüsselsachen, die wir, glaube ich, die letzten Male besprochen hatten. Genau, du wirst Arzt und du stehst selber auch im OP und operierst mit quasi, ne? Genau, ich komme gerade aus dem OP. Ja, du kommst gerade aus dem OP. Das ist auch interessant. Aber nicht als Arzt und nicht als Patient diesmal. Genau. Ich finde das sehr schön. Du bist 27 und wir haben im Vorfeld mal so ein kurz, grob überschlagen. Du hast mit 27 Jahren 78 Operationen hinter dich gebracht. Das ist nicht nur bemerkenswert, das ist krass. Und wir hatten beim letzten Mal schon ein bisschen über Magensonden auch gesprochen. Und weil wir beide da auch unsere Erfahrungen mit hatten. Ich denke da sehr gerne dran zurück. Wer sich die Folge anhört, hört sogar so ein bisschen, dass ich mich tatsächlich wieder geekelt habe, weil ich mich erinnert habe. Aber was ist seitdem passiert? Erzähl mal. Ich habe gesagt, wir hatten eine kleine Vereinbarung, dass wir jetzt wieder hier sitzen. Es war tatsächlich eine Operation, die angestanden hat, wo auch ich ziemlich Angst um dich bekommen habe, muss ich ehrlich sagen. Aber erzähl mal. Ja, genau. Also seit der letzten Aufnahme hatte ich drei Operationen. Und genau, also die zweite war für mich vergleichbar klein. Das war jetzt keine große Sache. Und die letzte, die jetzt vor wenigen Monaten war, die kam auch sehr, sehr unerwartet und sehr, dann doch komplizierter. Aber kommen wir erstmal zur ersten. Ja, es war halt, stand bei mir wieder mal an, dass durch diese Atesion, also es ist so ein Überbegriff, das sind Verwachsungen, die im Bauch auftreten können. Gerade bei Leuten, die sehr oft operiert wurden, das sind Vernarbungen, Verklebungen, die zu ganz vielen unterschiedlichen Komplikationen führen können. Und daran musste ich halt an der Menge, also nach der Menge an der Operationen schon ein paar Mal operiert werden. Und jetzt unter anderem erneut, das war glaube ich April oder Mai letzten Jahres. Und genau, ich wurde dann aufgeklärt, es war schon wieder klar, okay, es kann eine größere Sache werden. Aber in der Regel war es dann so, dass ich in den OP bin, wenn es wirklich, ja, doch sehr, sehr größer wird, komme ich für eine Nacht auf Intensivstation und kann mich dann am nächsten Tag auf Normalstation wieder melden. Und so, wie es typisch ist für größere Darmoperationen. Naja, ich wurde dann für alles aufgeklärt und so weiter und bin dann in den OP rein und bin unerwartet dann irgendwann auf Intensivstationen aufgewacht. Aber erst ziemlich viel später, weil, also ich bin um sieben Uhr morgens rein und wenn man so sagt, so eine größere Operation am Bauch, ja, dauert auch mal drei, vier Stunden, hat es bei mir dann fast das Doppelte gedauert. Und ich musste noch künstlich intubiert bleiben auf Intensivstationen, bis er mich dann irgendwann rausgeholt hat. Ich hatte natürlich alles Mögliche, was es so gibt, ne, an Sonden, Katheter, etc. pp. Und was heißt intubiert? Intubiert heißt, dass man den Beatmungsschlauch weiter drin hat bei der Narkose, genau. Also, es wird ja so ein Beatmungsschlauch gelegt, weil man ja selbst nicht mehr atmet. Und ich bin länger intubiert, heißt quasi, also, dass ich im Koma bin, dass ich nicht wach bin, ich bekomme nichts mit, sondern ich bin einfach noch im künstlichen Koma, also noch länger in Narkose auf Intensivstationen damit. Ja, das, was da gerade an großer Operationen passiert ist, nicht so krass auf den Körper geht, weil es ja schon eine Sache ist, die so ein Körper auch nicht ganz einfach wegsteckt. Naja, und dann hatten sich auf Intensivstationen auch so ein paar Komplikationen entwickelt, dass ich sehr hohes Fieber hatte und kurz vor einer Sepsis, also vor einer Blutvergiftung stand. Ja, und das war, glaube ich, auch so das Problem, dass sich das halt so gezogen hat, bis ich dann das erste Mal wieder ans Handy auch konnte und mich dann quasi melden konnte, weil man sagt immer so, okay, wenn es ideal läuft, melde ich mich am selben Abend der Operation und gebe kurz Bescheid, aber das ist gut. Wenn es ein bisschen komplizierter war, dann melde ich mich spätestens am nächsten Tag, aber ich konnte mich tatsächlich erst, ich glaube, fünf Tage später melden oder so und das hat dann einige doch schon ein bisschen besorgt. Ja. Und danach, die Entwicklung war eigentlich für meine Verhältnisse normal. Also ich lag da postoperativ, also nach der Operation, noch 14 Tage im Krankenhaus. Es ist immer schwierig zu beschreiben, was war jetzt genau der Auslöser oder was war der Grund. Also es musste natürlich auch wieder am Darm operiert werden. Es ist jetzt nicht nur so, dass man da stumpf irgendwie so ein bisschen rumspielt und was wegmacht, sondern es muss ganz genau geguckt werden. Und gerade bei Morbus Crohn will man ja auch möglichst darmsparend operieren. Und was so ein bisschen auffällig war und was auch so kompliziert war, ist, dass ich einen Kalibersprung im sogenannten Duodenum, also im Zwölffingerdarm, hatte. Das ist der Teil, der erste oder der obere Teil vom Dünndarm. Das ist der Teil, der nach dem Magen kommt. Das ist der Zwölffingerdarm, das Duodenum. Ein Kalibersprung heißt, dass man quasi wie so eine Engstelle hat. Also dass der Darm zwei Lumen hat und in der Mitte ist das Lumen halt ganz, ganz klein. Also quasi wie so ein, ja, wie ein Darmverschluss, wie so eine Stenose. Und das war halt sehr, sehr weit oben. Und wie man ja weiß, bei der Colitis ulcerosa, da sitzt die Entzündung ja nur im Dickdarm. Bei Morbus Crohn kann sie halt überall sitzen. Aber trotzdem ist es typisch, dass sie meistens doch weiter unten sitzt. Ob jetzt der Morbus Crohn-Auslöser für diesen Kalibersprung, also diese Stenose war, oder ob das die Verwachsungen waren, da war sich selbst die Pathologie uneinig. Und also das Präparat wurde auch eingeschickt und so weiter. Okay. Ja, genau. Und das war dann ein bisschen komplizierter. Das heißt, du gehst aber auch immer in das gleiche Krankenhaus, wo du selber auch arbeitest, ja? Nee, also ich versuche es eigentlich zu vermeiden. Okay. Nur das Problem ist, wie man, na gut, Hannover ist schon eine Großstadt. Aber trotzdem haben wir halt nicht unbegrenzt Krankenhäuser. Und also wir haben schon eine sehr hohe Dichte. Ich würde mal sagen, ich glaube, wir haben zwölf größere Krankenhäuser. Und an der Menge an Operationen hat mich jedes Krankenhaus schon operiert. Und dann muss man ja nochmal überlegen, dass nicht jedes Krankenhaus jede Fachabteilung hat. Also eine Bauchchirurgie muss jedes Krankenhaus haben. Das ist sicher. Aber eine Urologie hat halt nicht jedes Krankenhaus. Also das haben dann bei uns in Hannover vier Krankenhäuser. Und dann wird ja auch geguckt beim Notfall, okay, was ist das nächstgelegene Krankenhaus? Und da war es halt einfach das Krankenhaus. Also ich bin in drei Krankenhäusern tätig, in denen ich regelmäßig arbeite, in zwei davon. Also habe ich eine 50-50-Stelle. Und das eine ist halt das Größte mit der besten Urologie. Und es war halt direkt um die Ecke. Und dann war es auch egal. Und dann musste ich halt da hin. Aber grundsätzlich versuche ich das schon zu vermeiden. Und es kommt natürlich immer drauf an. Also wenn man dann irgendwie eine Oberärztin oder einen Oberarzt oder einen Chefarzt hat, der auf Thema X ein totaler Experte ist und ich habe genau diese Sache, dann lasse ich mich auch da unter das Messer legen. Ich habe es ja auch selbst gemacht, dass ich Leute bei mir im OP hatte. Also die bei mir, wo ich mit operiert, assistiert habe, die mich kennen und die aus der Familie kommen oder die Freunde sind. Also da ist ja auch dann irgendwie so ein Vertrauen. Und ich finde auch, wenn man irgendwie, soll nicht arrogant klingen oder so, aber wenn man irgendwie so ein bisschen Ahnung oder ein Können hat oder Vitamin B hat, dann sollte man das auch der Familie und den Freunden nicht vorenthalten. Ich wäre jetzt genau weiter zur letzten Operation gegangen. Mach. Ja? Okay. Ja. Genau, das kam auch so ein bisschen unerwartet. Es ist ja so, dass bei einer Laparotomie, also die Laparotomie ist das offene Verfahren der Bauchchirurgie. Und man kann sich vorstellen, dass vom Brustbein bis runter, unter Nabel ein langer Schnitt gemacht wird. Und da, wir hatten bestimmt auch schon mal über das Thema Hernien gesprochen. Es gibt ja Nabelhernien, also Nabelbruch, Leistenbruch und so weiter. Und es gibt halt auch einen Narebindbruch, also eine Hernie an der Narbe, die durch die Operation halt entstanden ist. So, und nach so einer Menge an Operationen ist natürlich klar, dass auch irgendwann mal Hernien auftreten. Und die wurden dann halt bei, also mit so einem relativ großen Kunststoffnetz versorgt. Also das packt man dann auf, unter oder in die Muskelschicht. Das Problem ist, da hatte ich auch schon zwei, drei Operationen, weil ich dieses Netz nicht vertragen habe, weil Kron und Netz vertragen sich oft nicht so gut. Und dann musste ich auch notoperiert werden, damit es rauskommt, dann wieder rein und es hat nichts gehalten. Naja, und dann hatte ich vor drei Jahren so ein Onlay-Netz bekommen. Also wenn man sich das mal anatomisch vorstellt, wir haben ja die Hautschicht, dann kommt die Fettschicht und dann kommt die Muskelschicht und dann kommt die Bauchdecke. Und ein Onlay, also quasi ein Draufleg-Netz, ist zwischen der Fettschicht und der Muskelschicht. Also da wird es draufgelegt. Dann gibt es ein Inlay, das ist dann in dieser Muskelfaszie drin und ein Sublay, also ein Drunternetz, ist da drunter unter der Muskelschicht. Unter der, ja, ist jetzt anatomisch schwierig zu erklären. Also aber man kann das... Man geht, glaube ich, weg. Man versucht nicht, in die Nähe des Darms zu kommen, oder? Genau, also im Idealfall ist da halt noch die Faszie, also die Bauchdecke, das Peritoneum drunter. Und dann ist das Problem, wenn man so oft operiert wird, habe ich da relativ wenig. Also man kann sich vorstellen, dass ich da Lücken habe und man das nicht mehr ganz zubekommt. Und deswegen hat man sich damals dafür entschieden, wenn wir ein Netz legen, dann so weit wie möglich entfernt vom Darm, also die Onlay-Methode. Naja, und jetzt war es halt so, dass ich dann an einem, ich habe gemerkt, dass sich am oberen Ende links der Narbe so eine Wölbung wieder gebildet hat. Und dann war schon relativ klar, okay, das ist offensichtlich eine Hernie. Ich habe dann mit Kollegen in einem anderen Krankenhaus da, wo ich jetzt nicht täglich arbeite, gesprochen, aber die mich ja auch schon, weiß ich nicht, 20 Mal operiert hatten. Also die kannten mich auch. Dann war die Aussage, ja, okay, wir würden das gerne heute Nacht machen, weil als Notfall, weil das Problem ist, dass bei so einer Hernie mal was inkarzerieren, also was einklemmen kann. Ob das jetzt Darm ist oder Subcutanes oder anderes Bauchfettgewebe, Bauchfell oder so, das ist immer so die Frage. Aber wenn da was einklemmen, macht das halt erstens extreme Schmerzen und zweitens ist es halt eingeklemmt und das gehört da nicht hin. Und im schlimmsten Fall ist es halt so, dass es dann abstirbt, der Anteil, der da eingeklemmt ist. Und deswegen ist bei einer Inkarzeration einer Hernie, das ist eine Indikation für eine Not-OP. Jetzt war es aber so, dass ich jetzt nicht schon wieder nachts notoperiert werden wollte. Und dann gibt es so die Möglichkeit, dass man versucht, das, was eingedrückt ist, zurückzudrücken, also wieder in den Bauchraum zu drücken. Das geht natürlich nur unter stärksten Medikamenten. Und ich habe gesagt, also wäre super, wenn wir das versuchen können. Das war an einem Donnerstagabend. Und die meinten, okay, wir versuchen das jetzt. Wir ballern dich zu mit allem, was geht. Und wenn das aber nicht klappt, dann müssen wir operieren, habe ich gesagt. Ja, ist okay. Und sie meinten, aber auch wenn es jetzt klappt, dann kommst du allerspätestens Montag wieder. Und dann werden wir dich Montag direkt operieren. Und wenn in der Zeit bis Montag irgendwas kommt, auch sofort wieder kommen. Weil das Problem ist bei mir, oder für meinen Kopf, ich hatte halt an dem Wochenende die Aufsicht für den TMS. Das ist der Test für medizinische Studiengänge. Und da hatte ich Samstag und Sonntag halt die Testaufsicht. Und die wollte ich mir jetzt durch diese Operation nicht entgehen lassen. Weil ich aber auch davon ausgegangen bin, okay, es ist für mich eine vergleichsweise kleine Operation, weil es nur eine Hernie ist. Das heißt, geplant, ich werde da aufgemacht, die so drei, vier, fünf Zentimeter. Dann wird das zugenäht und am nächsten Tag kann ich nach Hause. Also, naja, so, wurde ich ordentlich zugeballert, konnte dann reponiert werden. Und dann bin ich Montag morgens rein an zweiter Stelle, weil ich bin von zu Hause gekommen. Also ich bin nicht am Tag vorher schon gekommen und war dann an zweiter Stelle an der OP. Und habe dann nur noch gesagt, so aus Erfahrung, OP dauert eine halbe Stunde über Stunde. Gebt mir nochmal ein, zwei Stunden Aufwachraum. Und ich melde mich in spätestens vier Stunden wieder. Ja, dann bin ich um neun Uhr rein. Und aufgewacht bin ich dann um 21 Uhr. Auch wieder auf Intensivstation. Und da war es, ich habe nur noch runtergeguckt und habe gesagt, was ist jetzt schon wieder passiert. Das kann doch nicht mehr angehen. Da habe ich einmal so meinen, diesen OP-Kittel einfach so hoch gemacht, um zu gucken. Und sehe wieder ein 30-Zentimeter-Pflaster. Und sehe ich, okay, war wohl doch nicht nur so eine kleine Mini-Herne, die zwei, drei Zentimeter groß war. Sondern es wurde wieder der komplette Bauch aufgemacht. Und sehe auf der rechten Seite zwei Drainagen. Auf der linken Seite zwei Drainagen. Also mit vier Drainagen im Bauch. Ja. Und dann war das Problem, dass man mich von den Schmerzen, die ich hatte und vom Kreislauf nicht in den Griff bekommen hat. Also ich war so instabil. Man hat natürlich auf Intensivstationen oder im OP im Auferraum, hat man ja alle Möglichkeiten an Medikamenten, die man geben kann. Da kannst du das Stärkste vom Stärksten geben. Auf Normalstationen ist das ja schwierig. Man hat erstmal langsam angefangen mit Dipidolor. Und Dipidolor ist ja schon ein starkes Medikament gegen Schmerzen. Das ist gar nicht angekommen, hat gar nichts geändert. Dann ist man irgendwann auf Morphium umgestiegen. Da hat, außer dass mir übel wurde, ist da auch nichts passiert. Mein Kreislauf ist immer weiter runtergegangen. Dann haben sie mir Fentanyl gespritzt. Und Fentanyl ist ja in der Ausführung, also das ist das Medikament, was man bei einer Vollnarkose zur Einleitung halt gibt. Das hat die, ich glaube, 150-fache Potenz von Morphium. Und das hat ein bisschen gebracht, aber auch nur für zwei, drei Minuten. Und mein Druck und alles ging immer weiter runter. Und dann, ja, das Letzte, wonach sie dann greifen mussten, war dann tatsächlich Ketanest, also Ketamin. Was ist das? Und Ketamin ist das stärkste Schmerzmittel, was es auf der Welt gibt. Also ich habe, also das schießt einen auch komplett in andere Dimensionen. Das will ich auch nicht nochmal haben, weil es, also ich habe das bei anderen Patienten schon gesehen, die das bekommen hatten. Was, also wie das so bei denen ankommt und so weiter. Man ist dann wirklich abwesend. Aber ich hatte es halt noch nie bei mir. Zum Glück brauchte ich es bislang noch nicht und das konnte immer mit anderen Sachen geregelt werden. Aber das gibst du wirklich bei ganz, ganz schlimmen Sachen, bei großen Unfällen, Autounfällen oder sonst irgendwas. Oder wenn Leute kurz vorm Sterben liegen oder so. Also dann, ja, und dann habe ich das bekommen und dann war ich wirklich weggetreten. Also für, weiß ich nicht, eine Stunde oder so komplett weg. Musste dann auch noch beruhigt werden mit Propofol und Midazolam, obwohl ich eigentlich wach war, weil mein Kreislauf und alles so instabil war. Ja, und dieses Ketamin, also das hat dann wirklich, das will ich nicht nochmal haben. Kannst du dich daran heute noch erinnern? Ja, so grob. Also, wie soll ich das sagen? Es ist wirklich wie so eine Halluzination. Also du schläfst quasi, es ist wie ein Traum. Aber irgendwie hat der Traum doch schon ein bisschen damit was zu tun von dem, was gerade wirklich passiert. Das, was manche Menschen so in solchen Situationen oder in Sterbesituationen sagen, dass sie sich von der Decke aus beobachtet haben oder so. Das war jetzt nicht so. Aber bei mir war es halt so, dass ich die, also es war alles schwarz und grau und die Zeit ist extrem schnell vergangen. Also, das, keine Ahnung, fünf Minuten liefen innerhalb von fünf Sekunden ab und so weiter. Also, habe dann auch gemerkt, wie mein Urinbeutel, wie da irgendwer lang gehuscht ist und zack, zack, zack. Und dann auf einmal kamen ganz bunte Farben und so. Und, also ich war komplett abwesend. Wahnsinn. Okay. Das muss nicht sein. Ja. Und dann, dann ging es irgendwann und dann noch einen Tag Intensivstation und dann Normalstation. Ja, und aus, mal eben kurz rein und am nächsten Tag wieder raus, wurde dann wieder so eine Sache. Und das Problem, was jetzt war, ist, dass ich nicht nur diese eine Hernia an der Stelle hatte, sondern ich hatte einen sogenannten Gitter- oder Kettenbruch, also egal, egal wie man das nennen will, da war mehrere kleine Brüche über so einen bestimmten Bereich verteilt. Und bei mir ging der halt über diese ganze Narbe. Also hatte ich quasi 14 kleine Hernien. Das Problem war, dass bei diesem Onlay-Netz war bei mir schon immer bei den letzten Operationen Darm-Atherent kleben. Also es hat immer Dünndarm an diesem, selbst an diesem Onlay-Netz schon geklebt, was ja am entferntesten vom Darm ist. Jetzt hat sich der Operateur in der letzten Operation entschieden und auch da mussten sie wieder Darm von dem Netz erstmal lösen, von diesem Onlay-Netz. Ja, irgendwie hält es ja nicht, wir müssen da jetzt noch ein Sublay drunter machen. Und das ist jetzt unter dem Muskel. Also habe ich unter dem Muskel und über dem Muskel ein Netz. Das heißt, wenn der Darm schon so krass an dem Onlay klebt, was wird jetzt passieren? Weil jetzt liegt der Darm ja noch viel freier an diesem Netz. Da würde ich gerne mal ganz kurz reingehen für die Leute, die uns jetzt zuhören vielleicht. Ich habe gelernt, dass bei mir war das ja auch mal so ein Thema, weil ich einen kleinen Bauchbruch habe, Bauchdeckenbruch habe, den man jetzt aber wohl erstmal so lassen will, wie er ist. Aber da war genau das Thema mit diesem Netzen auch. Und ich habe gelernt, das ist auch wissenschaftlich, ist das ausgewertet, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Fiste kommt, liegt, glaube ich, bei 90 Prozent oder so. Das hat mir damals Professor Peter M.B. nämlich mal dann auch so gesagt. Und da ist mir das Thema mit den Netzen erstmal bewusst geworden, weil das wusste ich vorher nicht. Und da gibt es wohl Studien zu, aber ich möchte jetzt hier auch nichts Falsches in den Raum werfen. Aber ich meine, das wäre eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gewesen, dass das passiert. Ja, ja, die ist extrem hoch. Und ich glaube, die Zahl kommt auch hin, ich weiß es jetzt noch nicht ganz aus dem Kopf, deswegen, aber wo es sehr, sehr sicher, also eigentlich 99 Prozent sicher ist, dass so eine Fiste bildet ist, wenn man Kronen hat, man hat so ein Netz eingesetzt bekommen in einer Operation, dann kriegt man nach der Operation Wundheilungsstörung, sodass die Wunde, und das hatte ich ja auch schon sechs Mal, die Wunde wieder aufgemacht wird. Und dann wird da so ein Vakuumschwamm eingelegt mit einer Pumpe. Der saugt dann natürlich die ganze Zeit an der Muskulatur mit dem Netz und dem Darm. Und das ist so die tödlichste Gefahr. Also deswegen sagt man auch, wenn es Wundheilungsstörungen, wenn die auftreten, bei Morbus-Grund-Patienten so blöd es ist, wirklich im Idealfall offen lassen die Wunde und dass sie dann in einem halben Jahr zusammenwächst von alleine, als das Risiko einzugehen, da jetzt einen Wack einzubauen. Ja, okay, er kann gut helfen. Es kann dann sein, dass du in zwei Wochen oder in ein, zwei Wochen dann der Bauch wieder zu ist. Aber es ist schon sehr schwierig. Wir haben ja in den beiden anderen Folgen schon, ja, das immer wieder thematisiert, dass du schon die volle, die volle Macht und die volle Bandbreite dieser Erkrankung abbekommen hast. Und es ist schön, dass du damit auch so offen umgehst, wie ich mit meinem Kram immer offen umgehe. Wir können immer über alles darüber reden, das ist immer ganz schön. Aber du bist 27, hast du gesagt. Das heißt, du hast das alles viel, viel eher als ich mitbekommen, also auch deine Diagnose mitbekommen. Du hast gesagt, du hast die Diagnose mit 13 bekommen. Bevor wir am Ende der Folge mal so nach vorne gucken, was kommt jetzt als nächstes, würde ich ganz gerne mit dir mal so ein bisschen darüber sprechen, wie du dein Leben eigentlich gestaltest mit dieser Erkrankung. Also mit 13 die Diagnose zu bekommen, heißt für mich erstmal, dir fehlt erstmal komplett die Jugend, oder? Ja, könnte man erstmal so denken. Also die Diagnose mit 13, angefangen hat das ja alles schon so ein bisschen eher mit 11 und 12. Da kamen so die ersten Symptome. Aber es hat halt wie so oft bei Kronen halt einfach lange gedauert, bis man da wirklich die Diagnose hatte. Bei mir haben natürlich halt auch so die Operationen halt mitgespielt. Ich habe es trotz sehr, sehr langer und intensiver Krankenhausaufenthalte trotzdem geschafft, ja, ich sage mal, mein Abi so gut zu machen, dass ich einen Medizinstudienplatz bekommen habe. Und ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, mein Leben weiterzuleben. Das war natürlich, wenn ich jetzt in einem akuten Schub oder sonst irgendwas war, dann, ja gut, dann ging es halt nicht. Dann musste ich auch mal zu Hause bleiben oder sonst irgendwas. Aber irgendwann nach einer Zeit entwickelt man ja vielleicht so seine Tricks. Und es ist ja auch nicht jeder Tag der gleiche. Den einen Tag kannst du dir total beschissen gehen. Dem nächsten Tag geht es dir so weit in Ordnung, dass du vielleicht mal wieder was machen kannst oder so. Am Anfang hatte ich so ein bisschen, weil diese ganzen Narben am Bauch, das ist ja nicht ästhetisch, muss man einfach sagen. Wenn wir dann zum Beispiel mit der Schule irgendwie in der siebten Klasse schwimmen waren, oder da hatte ich dann kurz überlegt, ist mir das peinlich. Aber da die Leute es dann gesehen haben, weil ich nicht, ich bin dann nicht der Typ, der sich ein T-Shirt anzieht und dann da reinspringt ins Wasser, war ich nicht. Habe dann auch gemerkt, dass ein paar Frauen das auch ganz attraktiv fanden. Aha, okay. Muss ich ehrlich gestehen. Das geht auch. Nee, ich war so weit mit meinem Körper eigentlich im Rhein und habe mir auch die Sachen nicht nehmen lassen, weil man hat, meine Familie, die hat ja eh immer hinter mir gestanden, also wofür ich auch überglücklich bin. Und ich hatte halt auch immer eine sehr gute Freundesgruppe, die wussten, was los ist, die das akzeptiert haben, die mir geholfen haben, aber die halt auch einfach im Hintergrund für mich da sind und auch jetzt immer nochmal, wenn was ist. Auch die, die das dann verstanden haben, wenn ich kurz vorher mal absagen muss oder ich kann da mal nicht mitkommen oder tut mir leid, sonst irgendwas. Und habe es mir dann auch nicht genommen, irgendwelche Sachen zu machen. Ich bin in Urlaub geflogen, ich habe Reisen gemacht, ich bin ins Stadion gegangen, im Freizeitpark, ich bin sogar auf Festivals gegangen, habe im Zelt geschlafen mit Dixi-Klos. Also das ist ja für einen Kronen-Patienten jetzt echt die Hölle. Wir müssten zusammen Achterbahn fahren. Ja, sehr gerne. Ja. Unbedingt. Endlich finde ich mal jemanden, der da Bock drauf hat. Hey, ich lieb's. Es ist einfach, ich finde es, gerade mit Morbus Kronen, wenn du solche Torturen hinter dir hast, ist Achterbahnfahren einfach total cool, weil du kannst nichts mehr steuern. Du bist einfach, du sitzt da jetzt drin, der Bügel geht zu, Abfahrt. Und es ist einfach pures Adrenalin, es ist einfach mal was ganz anderes und es bringt dich komplett aus der Komfortzone raus, ne? Ja, voll. Es gibt auch so viele Freizeitparks in Hannover, äh Quatsch, in Hannover, in Deutschland und auch in den umliegenden Gebieten, die ich auch gerne einfach nochmal kennenlernen will, weil, also ich war, glaube ich, in acht Parks bislang und davon in zwei, drei sehr oft, ne? So die größeren, aber es gibt noch gerade so bei euch im Bereich und heute südlich gibt's echt gute, also Europa-Park, Phantasialand. Oh, du kommst rum und wir fahren Taron. Taron? Richtig, Phantasialand. Phantasialand, sehr gerne, da wollte ich auch hin. 176 Stundenkilometer, wir beide, CEDler in der ersten Reihe, das wäre doch was. Geil, geil. Aber, wenn man dir auf Instagram folgt, ne? Dann sieht man ja genau das. Du hast vorhin schon das gesagt, du feierst und wenn man auf Instagram dir folgt, ich verlinke dich unten drunter auch wieder, dann sieht man auch, dass du auf Konzerte gehst. Wir haben jetzt gerade über Freizeitpark gesprochen. Du lebst schon ordentlich, würde ich mal sagen. Hältst dich vielleicht auch als Arzt nicht immer an das, was man vielleicht mit Maurice Krohn nicht machen sollte, aber, da ziehe ich dich dann immer ein bisschen mit auf, aber was bedeutet für dich Lebensqualität trotz Morbus Krohn oder mit Morbus Krohn? Erstmal, welche Reihenfolge? Trotz oder mit? Und was bedeutet das für dich? Also auf jeden Fall in meiner Jugend habe ich auf nichts verzichtet. Also natürlich, wenn ich jetzt weiß, ich bin in einem akuten Trub oder ich wurde operiert, dann habe ich es natürlich gelassen. Aber ich habe Alkohol getrunken, ich habe auch mal geraucht und so. Also das waren alles so Sachen, die man auch vielleicht in der Pubertät einfach so ein bisschen rebelliert. Und heutzutage, boah, wann habe ich das letzte Mal Alkohol getrunken? Ich werde heute Alkohol trinken übrigens. Aber, also Alkohol trinke ich, weiß ich nicht, zweimal im Jahr. Also, und häufiger kommt das auch einfach nicht mehr vor. Es gibt da auch, ne, ja, Alkohol, manchen Alkohol vertrage ich besser und manchen schlechter. Und wenn man das weiß, dann weiß man ja eigentlich, in welche Richtung das gehen kann, ne. Zum Beispiel, also sowas wie Bier, obwohl ich Bier echt liebe. Bier vertrage ich mit dem Kron gar nicht. Aber dafür solche Sachen wie so Weinbrandsachen. Das sind so Sachen, die tatsächlich mit dem Kron auch ganz kompatibel sind. Das sind so die Sachen, denke ich, die ich trotz des Morbus Krones mache, mit dem Morbus Kron eigentlich viel mehr und auch eigentlich alles. Und eigentlich, vielleicht steckt da auch manchmal so ein bisschen drin, nicht, dass ich das, nicht, dass ich jetzt gegen den Kron arbeiten möchte, aber, dass es mir jetzt egal ist, dass ich den habe. Sondern, ne, also, dass ich Sachen mache, wie, ich gehe auf ein Festival, ne. Und da wird zelten wie in einem Zweimannzelt, egal bei welchem Wetter, wir haben Dixi-Klos, wo du, die nicht hygienisch sind, die voll gedingst sind, wie man sie erkennt. Und bin dann, ne, und da wird Alkohol getrunken und so weiter. Und dann gehst du da auf, ne, es geht ja dann drei, vier Nächte übers Wochenende, hast dann ja auch eine längere Auto- oder Zugfahrt hin und zurück. und gehst dann auf die, ja, zu den Konzerten, zu den Shows, zu den Bühnen, bist unter 100.000 Leuten, eng an eng, die ausrasten und so weiter. Und das sind halt einfach Sachen, die ich mir nicht nehmen lasse. Und es ist, ich liebe halt einfach Musik, weil ich bin mit Musik aufgewachsen. Ich mache auch nebenbei immer noch viel Musik. Und Musik ist mein größtes Hobby. Und dementsprechend gehe ich halt auch auf sehr viele Konzerte, Festivals, Shows. Ich habe jetzt mal, wir mussten dieses Jahr, meine Eltern und ich, mal so eine Liste aufhängen, weil wir langsam den Überblick verloren haben, wann wer auf welche Konzerte und Shows geht und so weiter. Und genau, und gerade mit den Festivals. Also da war ich schon bei sechs, sieben Stück und bei zwei. Gut, ist es leider dann halt passiert, dass ich dann das Festival abbrechen musste und ins Krankenhaus gefahren bin. Da kenne ich mich einmal an das Highfield Festival, das ist bei Leipzig. Und da bin ich dann in die Rettungsstelle da auf dem Gelände. Und dann kam der Arzt, hat gesagt, was haben Sie denn? Ich habe gesagt, ich habe Morbus Crohn. Hat da einmal meinen Bauch angeguckt und sofort mit einem Intensiv-RTW nach Leipzig gefahren. Und wurde dann da direkt an einem Darmverschluss operiert. Das kann halt passieren, aber das wäre mir dann zu Hause auch passiert. Kann man dann sagen, Lebensqualität mit CED bedeutet für dich, ich lasse mir mein Leben nicht nehmen? Ja, absolut. Weil, also wenn mein Crohn mein Leben bestimmen würde, dann würde ich in eine Depression fallen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt kann ich mir, das ist spannend, was du gerade sagst, weil jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht sagt, ja, aber du hast ja 78 Operationen, kann man davon nicht dann reden, dass der Crohn gerade dein Leben bestimmt? Siehst du das anders? Nee, er gehört dazu. Also er bestimmt natürlich dann in diesen Situationen, bestimmt er mein Leben, ja, weil ich dann halt operiert werden muss, wegen Sachen. Aber es ist ja nicht so, dass ich, oh scheiße, ich muss schon wieder operiert werden. Das kann doch nicht mehr sein. Ich meine, ich habe langsam keinen Bock mehr und ich habe auf diese ganzen, wenn ich es jetzt einfach mal so sagen darf, auf diese ganze Scheiße keinen Bock und jetzt soll endlich mal Schluss sein. So gehe ich nicht an eine OP ran. So, ich gehe dann an so eine OP ran und gucke, wie die Lage ist, wenn ich aufwache. Und daraus gucke ich dann, was kann ich machen? Was wird sich jetzt verändern? Oder verändert sich überhaupt was? Oder, ne, und dann guckst du dir die ersten ein, zwei Wochen an. Dann schließt du einmal, was sagst du mal, einen Rückschluss nach vier Wochen und nach sechs Wochen und dann weißt du eigentlich schon, in welche Richtung es läuft. Also ob du irgendwelche Veränderungen hast oder ob du, ne, ja, eigentlich alles wie vorher ist. Helfen dir diese ganzen Erlebnisse, die du so dir drauf schaffst quasi in dieser Zeit, wenn du wieder ins Krankenhaus kommst? Weil, dass du da sehr ruhig dran gehst an solche Sachen, das habe ich mitbekommen. Das ist sehr ruhig und sehr reflektiert auch, was ich krass finde. Und was meinst du mit helfen? Ja, helfen dir diese ganzen Eindrücke, die du auf Festivals gewinnst, die du in Freizeitparks gewinnst und so weiter. Hilft dir das mental, wenn du dann mal wieder die Zeit hast, wo du dann ein paar Wochen im Krankenhaus bist oder ein paar Wochen in der Regenerationsphase bist? Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann da total dran denke, okay, jetzt liege ich hier im Krankenhaus, aber vor zwei Jahren hatte ich ein geiles Festival. Aber an was ich denke ist, so jetzt geht es langsam, ne, es braucht seine Zeit, aber es wird jetzt bergauf gehen und es kommt ja eh, wie es kommt. Ich kann es wirklich nur vielleicht zu einem einzigen Prozent kontrollieren, der Rest kann ich halt einfach nicht. Und genau, mein Ansporn ist dann einfach zu sagen oder zu denken und das dann halt auch so zu machen, jetzt möglichst schnell wieder fit werden, damit ich solche Sachen halt wieder machen kann. Das ist dann der Ansporn, ja? Genau. Also dass ich halt auch die Sachen machen kann, die ich halt noch geplant habe oder verschiedene Urlaube. Also ich verreise ja auch sehr viel und gerne und auch in Länder, wo man zwei, dreimal überlegen sollte, ob man mit Kronen da hinfliegt, ne? Ja. Aber hier zum Beispiel, was dazu ganz gut passt, ich hatte mir kurz was aufgeschrieben zu der letzten Operation, die jetzt im November war. Dann meinten die, nee, schafft es noch nicht aufzustehen und so weiter. Ich so, doch, ich möchte jetzt hier echt runter und sonst irgendwas. Ja, wir haben die Patienten schon gesehen, vertrauen sie uns mal. Und ich habe gesagt, ja, vertrauen sie mir auch mal. Ich kenne mich auch ein bisschen mit mir aus. Und sie werden es nicht mal auf Toilette schaffen. Ich so, doch. Aber okay, ja, dann holen wir die Physiotherapie, dass die wenigstens ein Schutz für sie ist. Und dann kam die Physiotherapie, hat mir so ein bisschen aus dem Bett geholfen. Und dann bin ich losgegangen. So vier Drainagen, Sondenbeutel links, Urinbeutel rechts. Und dann bin ich über die Intensivstation gelaufen, ohne Armstütze. Die wollten natürlich mich die ganze Zeit an den Armen festhalten und so. Da habe ich gesagt, brauche ich nicht. Ihr seht doch, ich kann laufen. Und das ist für mich dann auch immer so ein Ansporn. Guck mal, wenn ich das kann, warum muss ich dann jetzt noch unbedingt hier auf Intensivstation liegen? Sehr cool, sehr cool. Und das hat tatsächlich geklappt. An dem Abend wurde ich dann zurückverlegt. Ich arbeite ja in meinen Coachings immer sehr gerne mit so Skalen. Auf einer Skala von 0 bis 10. Und 10 ist super hoch. Wie stark nimmst du Situationen sofort an und akzeptierst sie und gehst darauf ein und passt dich der Situation an? 0 ist gar nicht und 10 direkt? 10 ist total, ja, genau. 9. Bestätigt mein Gefühl gerade, ja. Das bestätigt gerade tatsächlich mein Gefühl. Meine Güte, meine Güte. Hast du einen Rat an Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, wie man das schaffen kann? Ja, also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wann hat man die Diagnose bekommen, in welchem Alter, weil es macht einen Unterschied, ob man das jetzt wie ich als Kind oder Teenager bekommen hat. und dann wächst man ja automatisch mit der Krankheit rein. Wäre ein Unterschied, als wenn ich das jetzt mit 26 bekomme. Weißt du? Weil dann hast du vielleicht schon irgendwie einen Beruf oder bist im Studium oder sonst irgendwas und dann schlägt sich dein Leben, ja, schlägt sich das Leben einmal komplett zurück. Also, was wir ja schon mal angesprochen hatten, das Thema Bekannte, also Bekannte, Freunde, Familie, Partner. Du hast ja eine Partnerin, du bist ja verheiratet. Und das ist echt, echt wichtig. Und ich hatte Ex-Freundinnen, bei denen es nicht an ihr lag, aber wo es an der Familie lag, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, die sehr, sehr schwierig auch mit dieser ganzen Krankheit umgingen. Und da musst du dich dann einfach von trennen. Das sind halt auch einfach die Sachen, umgib dich mit den Leuten, die dir gut tun und sortier Leute aus, die dir nicht gut tun. Weil es interessiert am Ende eh keinen. Und du wirst relativ schnell merken, wer ist ein wirklicher, ehrlicher Freund und wer nicht. Und geh mit deiner Krankheit offen um. Du musst jetzt natürlich jetzt nicht jedem im Vorbeigehen erzählen, dass du irgendwie XY hast. Aber das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Und wenn du willst, dass Leute dir in deinem Leben sind und dir Leute gut tun, dann geh offen mit deiner Situation und auch deinen Gefühlen um. Weil ich glaube, nur so wirst du herausfinden, ob du diese Person dann auch wirklich so eng bei dir haben willst. Und zu diesen ganzen Sachen wie Reisen, ins Stadion gehen, auf Konzerte gehen oder sonst irgendwas. Also ich habe es mir nicht nehmen lassen, weil ich habe, ja, die Frage ist ja immer, was hält einen davon ab? Und oftmals sind es ja einfach Ängste. Und es geht ja bei mir auch nicht immer. Das ist ganz klar. Aber ich würde mal behaupten, in 75 Prozent der Fälle funktioniert das eigentlich auch immer. Einfach mal trauen und einfach mal machen. Ist so einfach gesagt. Aber ja, es gibt halt viele Möglichkeiten. Und überleg dir einfach mal, warum habe ich jetzt Angst oder was sind meine Sorgen? Das sind auch die Punkte, die ich mich dann frage. Zum Beispiel, wenn ich in die Türkei reise. Ich war jetzt letztes Jahr in der Türkei und ich fliege jetzt, in vier Wochen fliege ich nach Istanbul. Da weiß ich dann, dass ich auch gucke, okay, wann ist mein Flieger? Dass ich früher am Flughafen bin. Dass ich weiß, wo sind die Toiletten? Dass ich, wenn es möglich ist, möglichst nah, weit hinten im Flugzeug oder möglichst weit vorne da sitze, wo die Toiletten sind. Das sind so Kleinigkeiten, auf die man einfach achten kann. Zum Beispiel, ich habe keine Flugangst, ich muss nicht am Fenster sitzen. Dann ist ein Gangplatz natürlich das Beste, weil wenn dann was ist, dann bist du am Gang natürlich der Schnellste. Das sind alles so Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Dann weiß ich auch, okay, in welchem Hotel bin ich gerade oder in welcher Klinik bin ich gerade. Wo checke ich ein? Wo kann ich Essen holen? Und es gibt den Euroschlüssel. Das ist ein Schlüssel, der in öffentlichen Toiletten funktioniert. Und beispielsweise auch im europäischen Teil von Istanbul natürlich. Und das sind so ein paar Sachen, die ich mir nun halt einfach angucke. Natürlich ganz wichtig für uns ist halt einfach, sicher dich ab. Also eine Versicherung, eine Reiserücktrittsversicherung ist Pflicht. Gut, bei mir war es jetzt halt so, ich habe jetzt für Hin- und Rückflug insgesamt für mich alleine, weil ich fliege alleine, 75 Euro gezahlt. Das ist ja nichts. Und da hätte ich jetzt für 20 Euro eine Versicherung abschließen können. Aber nee, also das brauche ich jetzt nicht. Aber wenn es um größere Reisen geht. Das heißt aber schon, du baust dir eine Struktur auf, die packst du dann in das jeweilige Event oder das, was du erleben möchtest, Reise, was auch immer. Und dadurch, dass du eine Struktur hast, kannst du besser auch auf Dinge eingehen, die dann vielleicht unvorhersehbar passieren, oder? Ja, ganz genau. Auch, dass man halt einfach, wenn du es genau wissen willst, dass du dann etwa guckst, wo sind die nächsten Toiletten? Wie ist das Hotel ausgestattet? Beispielsweise jetzt mal einfach bei der Reise aus. Ist es hygienisch? Hast du eine Einzeltoilette für dich selbst oder musst du dir irgendwas teilen? Das sind ja auch so sehr spezielle Sachen, die man sich angucken kann. Und dann natürlich auch gucken, okay, was ist, wenn da was ist, wenn nicht da was ist? Also man kann natürlich zu viel planen oder überplanen, nenne ich es mal. Aber gerade mit CED kann man eigentlich nicht genug planen. Man kann sich natürlich verrückt machen und wirklich alles ins Detail wissen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht mal immer so gut, dass man immer alles weiß, weil sonst ist es halt immer nur Druck, der auf einem lastet und man kann es gar nicht so genießen. Und deswegen habe ich nach den Jahren einfach gemerkt, ich weiß, okay, ich war jetzt schon zehnmal in der Türkei. Ich weiß, in welche Hotels mit welchem Essen kann ich. Ich tauche sehr gerne. Auch Ägypten ist ja vom Essen her öfter schwierig. Da weiß ich, okay, ich kann dann nur Fünf-Sterne-Hotels nehmen und frage am ersten Tag direkt bei der Hotelrezeption und beim Reiseveranstalter nach, ob die Eiswürfel, die in die Getränke kommen, aus dem Wasserhahn kommen oder ob es wirklich aus dem Supermarkt Eiswürfel sind. Das sind einfach so Sachen, die man dann halt fragen sollte. Ich habe auch schon für Leute, die ein Reizdarmsyndrom haben, so eine Reise-Checkliste mal erstellt und denen die geschickt, dass sie das vor Ort einfach fragen sollen, die auch einfach Magen-Darm-Probleme haben oder auch mit dem Essen. Und es gibt natürlich auch Medikamente, die du im Vornherein dir holen kannst, die für Sachen, ja, dass du den Tag trotzdem genießen kannst. Wir klären immer so ein bisschen ab, dass wir den Abbruch quasi einmal kurz besprechen quasi. Also wenn wir Dinge planen, die irgendwie weiter weg sind und so, dass wir einmal kurz sagen, was ist, wenn es nicht geht? Man weiß ja ungefähr, wie die Tagesgeschichte dann ist für einen, wie das Tagesempfinden ist mit einem. Und dass wir ganz kurz sagen, was ist, wenn es nicht funktioniert? Wie können wir am besten abbrechen? Dass wir das einmal kurz durchsprechen. Meistens ist es dann so, dass meine Frau zum Beispiel wieder zurückfahren soll oder dass wir uns zur Not dann irgendwo ein Hotelzimmer suchen oder so und am nächsten Tag dann weiterfahren. Also wir sprechen das einmal kurz ab, wie brechen wir am besten ab, falls es nicht klappen sollte. Dann ist das einmal ausgesprochen, ist das einmal geplant und dann lassen wir es auch auf uns zukommen. Aber wenn du das Gerüst hast, kannst du darauf dann auch wieder zurückgreifen. Das finde ich ganz wichtig eigentlich, ja. Genau, voll. Das ist total, ne, also wie gesagt, also so eine gewisse, so ein Grundbaustein an Planung ist super, aber ich bin halt auch so ein Typ, der dann auch einfach sagt, so, ich lasse mir die Sachen nicht nehmen und ich möchte später halt auch einfach, ja, wie soll ich das sagen, ich möchte was erlebt haben und ich möchte nicht irgendwie nur im Sterben liegen irgendwann und erzählen, ich habe mich komplett eingeschlossen, habe wenig unternommen, habe jetzt, habe viel gearbeitet, habe viel Geld, weil, also Patienten, die im Sterben liegen, reden nicht über Geld oder ihre Besitztümer, sondern sie erzählen von besonderen Menschen und schönen Erinnerungen, die ihr Leben bereichert haben. und deswegen nutze deine Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind und das, ja, sind so die, für die jüngeren Core-Memories, ne, also so Gedanken, also die man zurückholen kann und die man nie mehr vergisst und solche Momente halt einfach schaffen. Schon fast ein schönes Schlusswort, aber lass uns mal mit Blick auf die Zeit, wir müssen leider langsam zum Ende kommen, wir könnten ja hier immer quatschen, uns glaubt doch keiner, dass wir das nicht wollen. Ach ja, das sind schon fast bei einer Stunde, krass. Wir haben noch nicht mal, wir haben noch nicht mal ein Skript gehabt, ist das nicht toll? Aber lass uns bitte zum Ende jetzt nochmal gucken, so einen kleinen Ausblick, was steht als nächstes bei dir an, wie sieht es aus gesundheitlich, steht jetzt schon wieder die nächste an, muss ich mich darauf vorbereiten, dass wir irgendwann hier sitzen und wir das vierte Mal und wir reden darüber, dass du 85 UPS hast. Wie ist der Ausblick gerade bei dir? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also mit dem Kronen bin ich mit drei Medikamenten aktuell eingestellt. Das denke ich, ist soweit erstmal in Ordnung. Also ich schaffe es ja auch immer noch zu arbeiten, ich operiere fast jeden Tag, ich arbeite auch sehr viel, was auch vielleicht nicht ganz gesund ist, auch in sehr vielen Schichten. Ich habe seit der letzten Operation auf der linken Seite so eine Beule, so eine Wölbung. Und da weiß man nicht, was das sein könnte. Und das ist ganz komisch, man ist mit dem Ultraschallkopf draufgehalten, man hat geröntgt und keiner war sich so wirklich klar, weder die Chirurgen noch die Gastroenterologen, die drauf geguckt haben. Und das ist jetzt, ja, knapp drei Monate her, die OP. Und diese Wölbung wird nicht kleiner, sie wird auch nicht größer, sondern sie bleibt gleich. Das heißt, ein Bluterguss kann es nicht sein, Abzess kann es nicht sein und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist es? Jetzt habe ich am Dienstag einen MRT-Termin fürs Abdomen, hoffentlich wird es da geklärt, weil jetzt nach ordentlicher Überlegung kam halt wirklich die Frage, kann es sein, dass es wirklich eine Kompresse ist, die da im Bauch vergessen wurde bei der letzten Operation. Weil es wird ja mit Bauchtüchern, Kompressen und so gearbeitet und dann hält man die Wunde so offen und es finden eigentlich immer, also es finden immer Zählkontrollen statt. Aber gerade bei Not-OPs, wo es schnell gehen muss und alles sehr kompliziert ist, kann es, das passiert wirklich heutzutage so, 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 so selten. Aber es kann passieren, dass man vielleicht so eine Kompresse vergisst und das müssen wir jetzt einmal gucken, ob es das eventuell ist. Das wäre meiner Meinung nach für mich noch das Kleinste, das Beste, weil dann würde man einen kleinen Schnitt machen, die wieder rausholen und zu und gut ist. Durchspülen wahrscheinlich, ne? Ja. Und das wäre dann so eine Mini-OP. Ja. Aber, ja, also da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Letzte Woche hatte ich einen Kontrolltermin bei meinem Gastroenterologen zur Sonographie, also zum Ultraschall. Der hat festgestellt, dass ich eine Invagination habe. eine Invagination ist, wenn sich der Darm in sich selbst stülpt. Und das ist total interessant für mich auch gewesen, weil ich kenne das halt nur aus Vorlesungen und das sieht halt auf dem, das sieht aus wie eine Zwiebel, wenn du einen Ultraschall machst, weil wenn du immer mehr Schichten übereinander, ineinander stülpst, dann hast du halt diese Zwiebelringe. Und so sieht das halt wirklich im Ultraschall aus. Und das hatte ich halt noch nie live gesehen und jetzt habe ich es live gesehen. Das Problem ist, dass das Schön! Ja, das Problem ist, dass das eher bei Babys oder bei Säuglingen auftritt. Also im Erwachsenenalter ist es sehr selten, dass sowas auftritt und dem entsprechend auch noch nicht so super erforscht. Wäre es jetzt wirklich so, dass diese Invagination im Dickdamm wäre, dann könnte man versuchen mit einem Einlauf oder mit Luftrektal einmal, dass sich das wieder auseinanderstülpt. Und bei mir ist das Problem natürlich nicht der Dickdamm, es ist wieder ein Dünndarm, wie immer. Ich habe immer die Arschkarte und da bringt natürlich ein Einlauf nichts. Und da muss jetzt geguckt werden, ja, geht es von alleine weg, wenn nicht, müssen wir operieren. Das sind jetzt so die Dinge, die anstehen. Die Never Ending Story geht weiter und ich habe gesagt, ich verlinke deinen Instagram-Account hier drunter und ihr geht da jetzt bitte mal drauf und folgt ihm, weil er macht es nämlich dann auch immer ganz toll so, dass er daraus eine kleine Vorlesung auch macht, wenn er dann mal wieder ins Krankenhaus kommt und erklärt schön alles, was jetzt gerade passiert und so. Ich finde das richtig gut und richtig spannend, aber ich glaube, du musst es jetzt nicht mehr machen. Erstmal, ich hoffe, es wäre jetzt, bleib dir erstmal erspart, das wäre ganz schön, jawohl. Danke, danke. Niklas, du bist herzlich willkommen immer hier in diesem Podcast und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, dass wir dann aber mal wieder über etwas reden können, was vielleicht thematisch zum Thema Morbus Kron passt und nicht du jetzt dann als Test vorgelebt hast, das wäre vielleicht. Kriegen wir sicher. Bevor wir jetzt wirklich Tschüss sagen, was ist dein Lebensmotto? Mein Lebensmotto, wenn man mich immer danach fragt, ist Perfektionismus treibt mich in den Wahnsinn, doch ohne meine Makel wäre ich kein normaler Mensch. Ohne Tiefs wären meine Hochs nichts wert. Du bist wer. Geil. Ja, sehr gut. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Bis dann. Tschüss. Ich danke dir. Mach's gut, Kai. Niklas, es ist immer wieder schön, mit dir gemeinsam aufzunehmen. Das macht wirklich Spaß. Wir haben nie ein großartiges Skript. Wir erzählen vorher nur ganz kurz über welches Thema wir reden wollen und dann plaudern wir einfach los und haben eigentlich nur das Mikrofon an und genau das macht es, glaube ich, dann auch wieder ein bisschen authentisch. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, du hast jetzt hier auch was für dich raus mitnehmen können. Das würde mich sehr, sehr freuen. Lass mich gerne auf Spotify in den Kommentaren mal wissen, was hast du am meisten rausgezogen für dich? Wo hast du so einen Aha-Moment gehabt? Schreib mich gerne auch per E-Mail an, auf Instagram an, wo auch immer du mit mir in Kontakt treten möchtest. Mach das gerne. Ich freue mich von dir zu hören und wenn du Anregungen hast für die nächsten Podcast folgen, wenn du das Gefühl hast, hey, du wärst auch ein ganz guter Gast, um mal in meinem Podcast aufzutreten, dann melde dich auch sehr gerne bei mir. Ich freue mich immer, wenn Hörerinnen und Hörer sich bei mir melden und wir in Kontakt treten. Schau gerne auch auf meiner Homepage vorbei, www.ichundmeinkron.de steht dir 24 Stunden kostenlos zur Verfügung und solltest du noch nicht kostenlos mein Schublöscher-Magazin abonniert haben, dann mach das bitte auf meiner Homepage und solltest du ebenfalls noch immer nicht kostenlos meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Auch das kannst du relativ schnell nachholen. Bitte einfach auf YouTube gehen, ich und meinen Kron eingeben und dann bitte kostenlos auf Abonnieren klicken. Damit unterstützt du meine Arbeit und mich vielen herzlichen Dank. Wir hören uns recht bald wieder, du, ich und meinen Kron und bis zum nächsten Mal. Bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Schönes Wochenende. Tschüss, dein Kai. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.